Servus liebe Freunde der gepflegten Waffen-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Dev-Blog, herzlich willkommen zu einer neuen News zur aktuell anstehenden dritten Battle Pass Season. Season 2 läuft ja noch bis zum 12. Mai und im Anschluss daran geht es gleich nahtlos weiter. Jetzt haben wir hier mittlerweile das vierte Reward-Fahrzeug vorgestellt bekommen, beziehungsweise den vierten Reward-Inhalt. Los ging es mit dem französischen Flieger, dann kam der M6A2E1 als Top-Reward-Fahrzeug, dann haben wir den russischen Kreuzer und jetzt hier, wie viele ja auch schon vorher wussten, denn die Data-Miner waren hier wieder sehr, sehr fleißig. Der Panzer 38M-Toldi 2A und damit kommen auch die Ungarn ins Spiel, zumindest teilweise. Der 38M-Toldi 2A ist quasi so die, ja ich sag jetzt mal die Endstufe des 38M-Toldi. Er ist ein bisschen verbessert im Gegensatz zum ersten Modell des Toldi, was rauskam. Er hat, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch verstanden habe, eine 40mm-Kanone. Er wird auf Rang 1 landen und ein Premium-Fahrzeug sein und ich gehe jetzt auch mal ganz stark davon aus, dass der Toldi 2A hier an der Stelle auch das erste Fahrzeug sein wird, was ihr dann mit Erreichen von Battle Pass Level 14, 15, ich glaube Level 14 ist es immer, dann in die Garage gestellt bekommt. Und ja, so ein Panzer ist eigentlich, auch wenn es nur ein Rang 1 Fahrzeug ist, ist es aber eigentlich geschenkt. Ja, insofern denke ich, ja diese ersten paar Stufen, die kann man schon hinkriegen und dann hat man ja einen kleinen süßen Panzer. Wer sich jetzt denkt, äh, Moment mal, der sieht aber ziemlich ähnlich einem Fahrzeug, das wir im Spiel schon haben. Ja, das ist richtig, nämlich dem Stritzwagen M38 von den Schweden. Das war damals die Entscheidung der Ungarn, dass sie ein Fahrzeug haben wollten, ja, das halt eben im Ausland hergestellt wird. Und, ähm, der Toldi ist dann eben einfach aus dem Stritzwagen M38 entstanden. Na, er hat noch die Bewaffnung bekommen, die die Ungarn hatten, er hat noch die Optiken bekommen, die die Ungarn hatten. Und, ähm, ja, er ist dann irgendwann später im Laufe des Krieges noch erweitert worden, dann auf den Toldi 2, beziehungsweise auf den Toldi 2A. Und das ist auch, ja, wie eingangs schon kurz erwähnt, quasi, ja, die Endstufe des, ähm, Toldi-Panzers in dieser Version hier. Ist ein leichter Panzer, dadurch, dass er aber auf Rang 1 ist, ähm, werdet ihr damit nicht spotten können. Wo liegt jetzt noch der Unterschied, ähm, zum Stritzwagen M38, den ihr schon kennt? Ähm, er hat einen anderen Motor, eben auch, wie schon gesagt, eine größere Kanone. Und auch ein bisschen verbesserte Panzerung an der Front, vorne an der Wanne. Also, ähm, ja, werdet ihr das auch merken, wenn ihr das Ding spielt. Er wird nicht ganz so spritzig sein, wie der Stritzwagen, äh, 38 das ist, beziehungsweise Stritzwagen M38 ist ja die richtigere Bezeichnung. Insofern, ähm, ja, ich denke, es wird sich nicht ganz so negativ auswirken, aber für diejenigen von euch, die halt auch die schwedischen Low-Tier-Fahrzeuge fahren, ähm, ja, ein bisschen schwerer ist er als der M38 von den Schweden. Ähm, ich denke, der Unterschied wird aber jetzt nicht ganz so arg groß sein. Ja, das war's auch schon an der ganzen Geschichte, ähm, viele, ich hab schon im Vorfeld gehört, als der Data-Mine rauskam, ähm, haben, hoffen viele, dass jetzt die Ungarn, ähm, ja, vielleicht in Zukunft noch mehr Fahrzeuge bekommen, ähm, im Übrigen, ich hab jetzt gerade, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt, er wird bei den Italienern im Baum landen. Ähm, 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 und vielleicht sehen wir ja noch mehr Fahrzeuge der Ungarn im italienischen Baum, vielleicht wird auch hier Ungarn in Zukunft, genauso wie Südafrika, so ein, ja, so ein Unterbaum einer der größeren Nationen, obwohl, ja, Italien ist jetzt nicht eine der größeren Nationen, aber ihr wisst, was ich meine damit, ja, dass es so ein, so ein, ja, so eine Unternation von einer Hauptnation werden wird. Wer weiß, schauen wir mal, ähm, könnte ich mir ziemlich interessant vorstellen, werden wir sehen, äh, auf jeden Fall, ja, ist jetzt so gesehen jetzt nichts Besonderes, aber, ähm, als erstes Fahrzeug in der neuen Battle Pass Season und als Premium kann man das Ding auf jeden Fall schon mitnehmen. Lasst mir gerne mal eure Meinung zum Toll, die 2a unten in den Kommentaren, bewertet das Video gerne, ob positiv oder negativ, bleibt ja, wie immer, euch überlassen und sagt mir auch gerne mal, werdet ihr die dritte Season des Battle Pass spielen oder werdet ihr es, ähm, sein lassen? Interessiert mich. Danke auf jeden Fall für eure Kommentare, für eure Bewertungen und auch fürs Schauen des Videos. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin, macht's gut, euer Raibun.